Und eine Sache fällt halt immer wieder auf, gerade wenn dir zum Beispiel mal jemand ausfällt, dann springt meistens natürlich der Inhaber ein, der dann eben auch Vertrieb macht. Das heißt, er kümmert sich darum, dass die Angebote reinkommen, dass die Kunden abgeschlossen werden und fährt den eben auch raus zur Montage. Ist natürlich alles sehr, sehr lobhaft, also ist so das Bild von dem klassischen Arbeitstier. Aber es birgt halt Riesenprobleme. Ja, herzlich willkommen hier wieder zum Video. Ich habe wieder Nico dabei, ich bin Alex, du kennst mich wahrscheinlich schon. Und wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, was vor allem kleinere Betriebe sehr stark betrifft, nämlich das Thema, wie mache ich es, wenn ich Montage und Vertrieb, vielleicht auch Produktion sogar, in einer Person bin oder halt auf wenige Personen diese ganzen Aufgaben verteilen muss. Was für Probleme bringt das mit und wie kann ich damit gut umgehen, dass ich ja trotzdem mein Alltag strukturiert unterbringe und nicht immer da quasi bin, wo gerade das Feuer brennt. Nico, du kannst das ja gerne mal einleiten. Ja, vielen Dank fürs Intro. So, ja, ein ganz wichtiges Thema, so wie Alex schon sagt, es betrifft eher kleinere Betriebe, vier, fünf, sechs Mann, so im Schnitt würde ich sagen, haben wir auch sehr, sehr viele Partner in diesem Bereich. Und eine Sache fällt halt immer wieder auf, gerade wenn jetzt zum Beispiel mal jemand ausfällt, dann springt meistens natürlich der Inhaber ein, der dann eben auch Vertrieb macht. Das heißt, er kümmert sich darum, dass die Angebote reinkommen, dass die Kunden abgeschlossen werden und fährt den eben auch raus zur Montage. Ist natürlich alles sehr, sehr lobhaft, also ist so das Bild von dem klassischen Arbeitstier. Aber es birgt halt Riesenprobleme. So, und eine Sache muss man sich halt einfach vor Augen führen, beziehungsweise muss man sich selber auch hart ins Gericht gehen. Wenn man selber montiert beim Kunden, dann wird man sich in der Zukunft, wenn man das öfter macht, selber bei einem Vertrieb stellen. Ja, also was meine ich damit? Kennst du mit Sicherheit die Situation, du hast Montagen, die laufen besser als andere, du hast Kunden, die sind besser als andere, mit manchen Kunden kommst du besser klar und du wirst automatisch, wenn du den Vertrieb dann übernimmst, dir immer die Frage stellen, zumindest unterbewusst, habe ich Lust, bei diesem Kunden zu montieren? So, habe ich Lust. Also, das kann an verschiedensten Gründen liegen. Vielleicht wohnt er vor mir aus in der Region, wo es ganz oft regnet, mal als Beispiel, und du merkst beim Abschließen, okay, ich könnte hier richtig Geld mitverdienen, aber ich habe absolut keinen Bock, da zu montieren. So stellt man sich nicht bewusst die Frage, wie gesagt unterbewusst, und man würde nach Gründen vielleicht suchen, warum dieser Kunde jetzt nicht geeignet ist und würde ihn ja nicht abschließen. Man würde dann sagen, ja, dem hat vielleicht Kaufinteresse gefehlt, wobei der abschließbar wäre, aber man da keine Lust hat, da zu montieren. Oder die Hauswand ist schräg, man kann da keine Leiter hinstellen, hohe Unfallgefahr, das sind alles Dinge, die sind relevant, aber das sind halt Themen, die dich dann beim Abschließen dieser Verträge, wie gesagt, beeinflussen, und dessen muss man sich halt bewusst sein. Manchmal ist es nicht zu vermeiden, dass solche Situationen zu entstehen, aber man muss sich halt bewusst machen, okay, mache ich mir jetzt selber was vor in diesem Fall oder ist das halt wirklich ein Problem? Und das ist halt eine Sache, die besprechen wir manchmal mit Partnern, auch eine Sache, wo man selber halt schwer drauf kommt. Wie gesagt, muss man sehr ehrlich mit sich sein einfach, aber dann lässt sich das tatsächlich in den Griff bekommen und ja, dann kann man es halt lösen für sich einfach. Das Problem dabei ist ja auch gar nicht, dass du das Gefühl hast, der wird kein guter Kunde, sondern dass du ihn trotzdessen berätst, trotzdem vielleicht auch abschließt. Diese Ehrlichkeit ist ja nicht nur in Bezug darauf, dass ich sage, okay, das wird vielleicht kein guter Kunde, sondern dass man dann auch sagt, okay, dann werde ich ihn auch ablehnen, dann mache ich mir gar nichts mit ihm, weil wenn ich dann das Gefühl habe, das wird nicht, dann werde ich erstens nicht 100% geben, damit eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit habe, ihn auch nicht abzuschließen, obwohl ich viel Zeit reinstecke. Man will ja trotzdem sein Ding machen, man will ja trotzdem dann ihn beraten und so, man will ja dann auch nicht irgendwie da den Ruf haben, Leute nicht zu beraten und das kann man aber trotzdem auch mal machen. Also wir haben sehr viele Partner, die auch Leute nicht beraten, wenn sie mit denen nicht happy sind, sage ich mal, von Anfang an. Und das ist auch komplett in Ordnung, um mal zu sagen, ja, passen Sie auf, also das, was Sie jetzt wollen, der Anforderung, wie Sie es vorstellen, das wird leider von uns nicht abbildbar sein. Ich kann Ihnen aber Konkurrenz-Existenz-Leute empfehlen oder Mitbewerber-Existenz-Leute empfehlen, die machen das sehr, sehr gut. Da können Sie auf jeden Fall fündig werden. Aber wir werden das nicht in der Qualität machen, wenn Sie zufrieden sind. Aber das ist ja auch alles absolut valide, weil im Endeffekt, wenn du schon weißt, vorweg, das wird eh eine schlechte Zusammenarbeit, wird er auch nicht zufrieden sein am Ende. Halbherzig, das Ganze zu machen, dann lass es lieber ganz. Aber dieses halbherzige Hör, das kostet ja tatsächlich dann die Zeit. Das Ablehnen ist gar nicht schlimm an der Stelle. Das ist ganz normal, dass auch wir, ich sage mal, 20, 30 Prozent der Leute, die mit uns arbeiten wollen, ablehnen, weil wir halt auch sagen, es wird nicht funktionieren. Das kann am menschlichen Punkt liegen, das kann aber natürlich daran liegen, dass Kampagnen-Performance oder sowas nicht funktionieren wird in bestimmten Konstellationen. Das ist ja seltener, was mit Regionen zu tun, als die meisten denken, sondern eher, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Aber dafür sind wir ja da, um genau das zu prüfen. Nur, mir ist halt auch lieber, mal ein bisschen weniger Umsatz zu haben und einen Partner weniger zu haben, als jemanden, wo man die ganze Zeit eigentlich nur Stress hat, weil er ja eigentlich von Anfang an nicht geeignet war für eine Partnerschaft. Und deswegen, ehrlich zu sich sein. Und dann kriegt man das auch im Griff. Weil ansonsten bist du halt auf der nächsten Montage und denkst, jetzt muss ich dir nochmal anrufen, dann habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe gerade mit dem Kunden so einen Stress. Lösung dauerhaft, natürlich verschiedene Leute dafür zu haben, dass du einen Vertriebler hast, anderen in der Montage machst und so, das ist klar. Aber letzten Endes, kurzfristig musst du das selber für dich lösen. Und dann sei einfach so ehrlich zu dir, nur Leute anzuhören, die wirklich Traumkunden sind. Wo du sagst, mit dem kommst du super gut, klar. Das ist überhaupt keine Frage. Und sobald du mal anfangen, dir irgendwie mal die Frage stellst, okay, wird das wirklich eine gute Zusammenarbeit, dann lass es lieber. Anfragen sind genug da. Und wenn nicht, dann sprechen wir gerne, wie du mehr bekommen kannst. Aber das finde ich ein ganz wichtiges Thema, auch um glücklich zu werden als Unternehmer irgendwo. Ja, definitiv. Also du musst in diesem Fall halt Verantwortung übernehmen. Wie Alex schon sagte, ich bekomme das sehr oft mit, dass man dann, oder dass unsere Partner versuchen, dass die Situation sich so ein bisschen von selber löst, indem man den Kunden so halbherzig berät. Oder einen Riesenpreis macht oder so. Genau, also es ist, ja, es ist... Das ist auch Wahnsinn, weil die ersten Angebote müssen trotzdem erstellt werden und die Beratung. Das ist ja trotzdem drin. Exakt, also es ist halt, wie Alex schon sagt, so ein Gewissenskonflikt in Anführungsstrichen, dass man sagt, okay, ich will jetzt hier irgendwo meinen Ruf fahren, aber ich habe jetzt keine Lust, den Kunden zu bearbeiten im Nachhinein. Und das weißt du selber, kostet extrem viel Zeit und bringt kein Geld. Dann ist das Dilemma groß, sagen wir mal. Ja, frustriert, kostet Energie, ist einfach nicht sinnvoll. Wenn du das Gefühl hast, das passt nicht, lehnen von Anfang an ehrlich ab, ohne jetzt zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, das passt nicht mit uns. Dann kriegst du eine schlechte Bewertung. Dann sag halt wirklich, wir werden es nicht schaffen, sie so zufrieden zu stellen, wie sie wollen. Das sehe ich jetzt anhand von anderen Projekten, die wir auch in dem Bereich haben, und das klappt einfach nicht bei uns dann. Und schau, ist ja alles in Ordnung. Wird auch nicht böse sein. Gab es auch so noch nie ein Problem mit Partnern, die es so umgesetzt haben. Genau, die sind auch noch die Einladung, die wir an die Hand geben, halt umsetzen. Weil, wie gesagt, wenn die halt irgendeinen Freestyle da raushauen, dann ist es halt schwierig. Das ist klar. Na gut, wir hoffen, dass wir dir was mitgeben konnten. Das ist ein ganz wichtiges Thema, wirklich da auch Ehrlichkeit zu haben. Gerade im Vertrieb ist halt Konsequenz und Ehrlichkeit einfach das wichtigste Thema. Weil alles andere, wie gesagt, deine Buchhaltung, deine Leute, die Montage, wird alles davon bestimmt, was du da machst. Deswegen ist es so wichtig. Ja, Nico, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Gerne. Und du, wenn du das Ganze cool findest, dann gerne einen Daumen nach oben geben, ein Abo dalassen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.